das werden wir auch mal probieren da werden wir mal schauen ich hab mal bock mir mal so eine spinne vorzuknüpfen wird natürlich spannend weil wir sind ganz alleine im mehrspieler was was auch ist also genau das hat ja auch im mehrspieler part da ist bestimmt ein bisschen einfacher so eine spinne zu daunen aber halt alleine 16 uhr ach und unsere kieselachs ist quasi nicht mehr existent ja gut dann müssen wir vielleicht mal noch mal ein paar herstellen wäre glaube ich nicht schlecht ich kann jetzt gerade nichts machen weil ich die ganze hände voll habe wobei wir machen einfach noch mal den ganzen dinge voll du hast etwas wiederwertiges getrunken dann musste ich ausschlafen ich hab doch geschlafen ah ne ich habe heute auch schon etwas wiederwertiges getrunken das ist nicht gut ähm dann hauen wir uns hiervon nur noch ein bisschen rein und ich wollte äxte machen deswegen bin ich hergekommen sehr gut dann machen wir die direkt mal dann verschrotten wir die eine hier direkt mal wo ist die denn wo ist die denn wo ist denn die eine kieselachste wo ist denn die eine kieselachste ich glaube ach ok ähm yes so dann gucken wir jetzt eben noch kurz dass wir die anderen kiesel von da oben noch holen wir müssen danach doch wahrscheinlich auch nicht immer schnell laufen so die musik ist so geil also auch wenn die hier nicht wirklich umfangreich ist ja oder irgendwie großartig komplex aber einfach ich finde das passt hier einfach super gut rein also ich finde man fühlt dann irgendwann fühlt sich direkt so ein bisschen weiß nicht also es ist irgendwie so ein bisschen dass man einfach ja vielleicht kann man einfach sagen okay man und man man weiß nicht genau wie man sich fühlen soll ja aber es ist so regt so ein bisschen regt so ein bisschen an sich darüber gedanken zu machen hört sich vielleicht komisch an und können vielleicht jetzt nicht alle nachbeziehen aber es ist einfach schon eine tiefe ohne großartig komplex zu sein ich glaube das kann man schon johnny moin danke so wie schauts hier mit trinken aus gut 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 schade 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 so sehr cool dann haben wir jetzt hier schon mal halt eine zweite etage drin und hier würde ich ähm oder weiß ich noch nicht hier hier schon auch drüber das weiß ich noch nicht da muss ich mal gucken wie und wo also wie wir hier einen zweiten wie wir hier eine zweite etage oben drüber rein ziehen das weiß ich tatsächlich noch nicht da bin ich mir noch nicht so ganz sicher schnell einlagern keine passen gegenstände keine passen gegenstände oh ok cool oh ok cool nice und schon haben wir wieder einiges raus sehr cool als freund jetzt äh herausgefunden die funktion finde ich cool so die sachen packen wir dann mal rüber und ähm ja dann nutzen wir hier den ausblick und ähm warte ich möchte gerade noch eine sache gucken kann man kann man kann man kann man kann man kann man hier irgendwie ausstellen kann man kann man die hier irgendwie ausstellen kann man die hier irgendwie ausstellen auch hier wir können wie ausstellen ach okay und er macht dann einfach okay und die sind sogar in einem super geilen fahrt drin zu finden richtig gut ok 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 wird angegriffen wie war das nochmal mit der musik ja 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 Oh, okay. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Hey, hör schon mal auf. Okay. Alter. Wie viel Schaden macht die eigentlich? Na okay, cool. Also jetzt zum Ende des Dings nochmal schön abgenippelt. Abgenippelt. Ah ja, cool. Cool, 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 cool. Wir können jetzt bestimmt schlafen. Okay, gut. Also, jetzt hoffe ich zumindest mal, dass ich bin entdeckt. Und ja, vielen Dank dafür, dass ihr mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme bei Grounded. Und bis dahin. Eine gute Zeit, euer Kai. Ciao. So, hallo und recht herzlich willkommen zurück. Meine Freunde hier bei Grounded. Ähm, ja, ist wieder schon, ist wieder, ist wieder schon. Ähm, ist tatsächlich schon wieder ein bisschen, ups, ein bisschen her. Seit wir das letzte Mal Grounded gespielt haben. Ähm, und wir haben das letzte Mal hier unsere Basis gebastelt. Und tatsächlich auch ein bisschen Probleme mit, ähm, einer Spinne gehabt. Die uns da noch so ein bisschen, ähm, angenudelt hat. Da erinnere ich mich noch dran. Äh, warte mal, wir trinken mal eben einen Schluck. Ah, wir haben gerade nichts zu trinken. Okay, gut. Dann knallen wir uns hier mal ein bisschen was rein. Trinken haben wir wohl nichts drin. Ähm, haben wir hier noch irgendwas? Blütenblatt haben wir. Wir haben hier noch ein großes Läusefleisch. Okay. Ähm, warte mal, dann. Kann nicht schlafen. Zu wach. Okay, weil wir wahrscheinlich gerade geschlafen haben. Aber es geht auch die Sonne schon auf, so wie ich das sehe. Guck nur gerade mal, ob hier noch irgendwo eine Spinne ist. Dann geht das – Mit diesem... Okay. Okay, okay, okay. Okay. bisher schaut es mal nicht so aus als wäre hier eine spinne irgendwo unterwegs als mindest jetzt gerade mal nicht wenn rüsselkäfer nehmen wir auch gerade mal mit hier schauen wir mal drin irgendwas zu trinken ist gar nichts nutzen uns gerade nutzen sich gerade unsere bein dinge ab kann das sein irgendwas scheint sich gerade abzunutzen glaube ich dieses icon links unten welche richtung hätte gerne was zu trinken oh good you are not dead i will be helping you out today first things first you're not supposed to be here secondly you are very 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 small please refrain from panicking thirdly the machine that could return you to your normal size is currently out of order and everything in this backyard wants to uh eat you again your tiny panic will accomplish nothing you are going to need to find a way to survive out here i would recommend building a base maybe a simple shelter of some sort oh and weapons you'll probably need some weapons but you should be fine unless you get eaten you'll either be fine or you will be dead it's really up to you and you might come across some strange things while looking around i'm not sure who put them here or what they want what i do know is that they're watching you 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 you